Bhagavad Gita, Vers 4.9 Wer das transzendentale Wesen meines Erscheinens und meiner Aktivitäten kennt, wird, nachdem er seinen Körper verlassen hat, nicht wieder in der materiellen Welt geboren, sondern in mein ewiges Reich gelangen. Erklärung Das Herabsteigen des Herrn aus seinem transzendentalen Reich wurde schon im sechsten Vers erklärt. Wer das wahre Wesen seines Erscheinens verstehen kann, ist augenblicklich von der materiellen Fessel befreit und kehrt deshalb sofort, nachdem er den gegenwärtigen materiellen Körper verlassen hat, in das Königreich Gottes zurück. Diese Befreiung des Lebewesens aus der Gefangenschaft der Materie ist durchaus nicht leicht zu erreichen. Die Unpersönlichkeitsanhänger und die Yogis erreichen die Befreiung nur nach vielen Schwierigkeiten und vielen, vielen Geburten. Aber selbst dann ist die Befreiung, die sie erreichen, sie verschmelzen mit dem unpersönlichen Brahmagioti des Herrn, nur unvollständig und es besteht die Gefahr, dass wieder in die materielle Welt zurückkehren. Aber der Gottgeweihte geht nach Verlassen des materiellen Körpers in das Reich des Herrn ein, indem er ganz einfach das transzendentale Wesen des Körpers und die Aktivitäten des Herrn versteht. Für ihn besteht nicht die Gefahr, wieder in die materielle Welt zurückzukehren. In der Brahma Samhita wird gesagt, dass der Herr zahllose Formen und Inkarnationen hat. Advaitam Ajudyam Anadim Anantarupam Obwohl es viele transzendentale Formen des Herrn gibt, sind sie alle dennoch der eine und selbe höchste persönliche Gott. Man muss diese Tatsache mit Überzeugung verstehen, obwohl sie den weltlichen Gelehrten und empirischen Philosophen unbegreiflich ist. In den Veden heißt es Der eine höchste persönliche Gott ist in unendlich vielen transzendentalen Formen ewiglich damit beschäftigt, Beziehungen mit seinen reinen Geweihten auszutauschen. Diese vedische Aussage wird in diesem Vers der Gita vom Herrn persönlich bestätigt. Wer diese Wahrheit aufgrund der Autorität der Veden und des persönlichen Gottes akzeptiert und seine Zeit nicht mit philosophischen Spekulationen verschwendet, erreicht die am höchsten vervollkommendste Stufe der Befreiung. Indem man diese Wahrheit einfach aus Vertrauen akzeptiert, kann man ohne Zweifel Befreiung erlangen. In diesem Falle lässt sich das Tat-Tvam-Asi der Veden wirklich anwenden. Jeder, der versteht, dass Sri Krishna der Höchste ist oder zum Herrn sagt, Du bist das höchste Brahman, der persönliche Gott, wird mit Sicherheit augenblicklich befreit und kann daher an der transzendentalen Gemeinschaft des Herrn teilhaben. Mit anderen Worten, solch ein gläubiger Gottgeweihter erlangt Vollkommenheit. Dies wird durch folgende vedische Erklärung bestätigt. Man kann die vollkommene Stufe der Befreiung von Geburt und Tod sehr leicht erreichen, wenn man den Herrn, den höchsten persönlichen Gott, kennt. Es gibt keine andere Möglichkeit, denn jeder, der nicht Sri Krishna als den höchsten persönlichen Gott akzeptiert, befindet sich mit Sicherheit in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Folglich wird er nicht Befreiung erlangen, wenn er nur sozusagen von außen am Honigtopf leckt. Das heißt, die Bhagavad-Gita mit weltlicher Gelehrtheit interpretiert. Solche empirischen Philosophen spielen vielleicht in der materiellen Welt sehr wichtige Rollen, doch das befähigt sie nicht unbedingt zur Befreiung. Solche blasierten weltlichen Gelehrten müssen auf die grundlose Barmherzigkeit des Gottgeweihten warten. Man sollte deshalb Krishna-Bewusstsein mit Vertrauen und Wissen entwickeln und auf diese Weise die Vollkommenheit erreichen.